Bundeskanzler Dr. Adenauer ging in seinem Wohnsitz Röhlendorf zur Wahlurne. Dieser Wahltag brachte für den Kanzler einen der eindrucksvollsten Wahlsiege in der deutschen Geschichte. Seine Partei, die CDU, CLSU, errang im neuen Bundestag die absolute Mehrheit. Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses erhielt Dr. Adenauer von der Bevölkerung der Bundeshauptstadt stürmische Ovationen und sprach am Abend in einer Funktion auf dem Bonnermarkenland. Helfen Sie mir, dass wir diese Jahre des Wiederaufbaus den möglichsten Eintrag und mit klaren Zielen auf den geraden Wegen zur Einheit Deutschlands, zur Befreiung der Ostgebiete, zum Frieden für Deutschland, zum Einigen Europas und zum Frieden in der gesamten Welt zurückgehen. Untertitelung des ZDF, 2020